Warum sollte denn jetzt jemand am Online-Kongress für ein neues Gesundheitsbewusstsein teilnehmen? Es ist eine Möglichkeit, aus einem Riesenpotenzial von Wissen, an Erfahrungen, einfach zu schätzen. Menschen kennenzulernen, die einfach aus eigenen Erfahrungen Krisen überwunden haben. Menschen kennenzulernen, die einfach ihr Wissen, die auch bereit sind, ihr Wissen zu teilen mit anderen Menschen, weil sie sich gerne auch zeigen möchten, weil sie gerne Anteil haben möchten, teilen möchten. Dass es Wege gibt, dass es Möglichkeiten gibt, einfach Krisen zu bewältigen, egal worum es dabei geht. Ob man dabei abnehmen möchte oder ob man Gesundheit erfahren möchte. Oder ob man beruflich wieder neu starten oder auch beginnen möchte. Es macht einfach Sinn, weil dadurch auch viel mehr Lebensqualität erreicht wird. Menschen können einfach mehr Zufriedenheit finden. Menschen finden zu dem, was sie eigentlich gerne leben wollen. Also viel mehr Erfülltheit und viel mehr Freude am Leben generell. Das ist, sage ich mal, die Essenz von dem, was diese Menschen auch mitteilen können. Und von daher lohnt es sich, auf jeden Fall mit dabei zu sein. Danke. Danke.